Oh mein Gott, Leute, in dem heutigen Video wird das XXL-Glücksrad das Spiel bestimmen und ein zweites Glücksrad den Preis, also wie viel Geld ich in diesem Spiel, ausgeben muss. Ooooooh, was? Digga, das ist bisher das Höchste. Das heißt, jetzt können wir uns das Mega-Päckchen für 800 Euro kaufen. Hallo, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin-Spielt-Kanal. Und ihr seht hier gerade, heute gibt es tatsächlich ein richtig krasses Video. Wir sind hier gerade beim Glücksrad, ich habe hier auch gerade schon einmal gedreht. Das ist wieder das XXXL-Glücksrad, wo wir wirklich fast alle Spiele haben. Von Tall Man Run bis FIFA Mobile, GTA 5, Temple Run, Among Us, also hier ist wirklich echt alles mit dabei. Und ihr seht hier gerade, wir haben auch noch ein zweites Glücksrad. Und dieses Glücksrad bestimmt tatsächlich, wie viel Geld ich ausgeben muss. Das Ganze geht hier tatsächlich von 0 bis 2 Euro und so weiter bis 20 Euro. Dann steigert sich ein bisschen, 50 bis 60 Euro. Und dann am Ende gibt es sogar über 100 Euro. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, in welchem Spiel ich Geld ausgeben muss. Subway Surfers, okay. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie viel Geld ich ausgeben muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben so einen Bereich, wo sehr niedrig Geld ist, aber wir haben auch ein bisschen höheren Bereich. Wir drehen einfach mal. Oh, oh, okay. 4 bis 6 Euro ist okay. So, also wir sind jetzt in Subway Surfers drin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Shop rein. Und gucken mal, was wir bis 4 bis 6 Euro bekommen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche krassen Sonderangebote, irgendwie, was sich auch lohnt. Ah, hier, so Money oder so. Der sieht cool aus. Der kostet tatsächlich 5,99 Euro. Ich glaube, den holen wir einfach mal. Okay. Freunde, ihr wisst ja, an Subway Surfers ist es an sich ein bisschen dumm, Geld auszugeben. Weil man sich das auch einfach easy holen kann. Aber ihr wisst, was zu tun ist. Damit das Video hier auch ein paar Aufrufe bekommt, damit ich jetzt hier keinen Minus mache. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kevin-Spiel-Kanal. Und teilt das hier mit euren Freunden. Und schaut auf jeden Fall gerne auch mal bis zum Ende. Und lasst mich gerne mal wissen, ob ihr so eine Folge vielleicht nochmal sehen wollt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal hier diesen Skin an. Der sieht schon ganz cool aus. Ist halt so ein Skilett-Skin. Passt auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt vor allem, wo wir auch Halloween haben. Also der sieht schon ganz wild aus. Ist auf jeden Fall ein nicer Kollege. Wir werden jetzt hier einfach mal nochmal ganz kurz in die Lobby gehen. Und uns den da vielleicht nochmal angucken. So gehen wir einmal ganz kurz auf Beenden. So und da ist der Skin. Ja doch. Der hat eine ganz coole Animation. Lol, was ist das denn? Bob the Blob? Hä? Wie kriegt man den denn? Ah, okay krass. Also es gibt ja anscheinend so richtig krasse neue Skins momentan. Aber ich finde schon Money. Money ist auf jeden Fall süßer. Money ist cool. Und wir drehen das zweite Mal. Mal sehen, welches Spiel jetzt kommt. Flash Royale. Okay. Und wie viel Geld muss ich jetzt aber hier ausgeben? Acht bis zehn Euro. Also bisher hält sich in Grenzen. So. Wir sind jetzt hier im Shop drin. Also acht bis zehn Euro müssen wir ausgeben. Erstmal nehmen wir hier ganz kurz Gratissach mit. Und ganz wichtig. Das wissen viele gar nicht. Auch in Clash Royale könnt ihr natürlich Creator Code Lukas eintragen. Macht es auf jeden Fall. Das muss ich auch einmal ganz kurz vorweg machen. Die Frage ist jetzt nur, gibt es hier irgendwelche krassen Sonderangebote, die man sich für Geld kaufen kann? Das Einzige, was es hier gibt, ist dieses Pass Royale. Aber ansonsten sieht es hier tatsächlich schlecht aus. Wir haben jetzt hier auch gar nicht mal so ein Angebot, was irgendwie so acht bis zehn Euro direkt abdeckt. Wir haben halt hier zwölf Euro. Ja, komm. Es geht halt nicht anders. Alles andere wäre ein bisschen lost. Wir machen die zwölf Euro. So. Die Gems sind gut geschrieben. Okay. Jetzt machen wir aber auch hier mal ganz kurz so eine Kiste auf. Wir können sogar fast so eine legendäre Kiste hier kaufen. Aber ich mache mal so eine Glückstour. Keine Ahnung, ob die jetzt hier so schlau ist. Was ist das jetzt hier? So Skelettdrachen. Und... Lol, noch mal Glück. Und so eine epische Karte. Riesenskelett. Boah, weiß ich jetzt nicht. Also wirklich überzeugt hat mich das jetzt hier nicht. Boah, wir machen die noch mal auf. Gibt es jetzt hier irgendwie was krasses? Riese. Weine Reiter. Oder gibt es hier nur die ganze Zeit die gleichen Karten? Das ist ja auch Quatsch. Ich will Golem haben. Ich will meinen Golem verbessern. Oh, Mann. Ah, nee. Mein Golem ist schon maxed. Na gut. Okay. Ja, wir haben das Geld ausgegeben. Spiel Nummer drei. Schauen wir mal. Angry Birds. Kann man da Geld ausgeben? Wir gucken dann einfach mal nach. Tigger 0 bis 2 Euro. Hä? So, wir sind jetzt in Angry Birds 2 drin. Kann man denn hier irgendwie was kaufen? Ah, man kann hier Kisten kaufen. Ich fasse es nicht. Als ob man hier auch Kisten kaufen kann. Und was gibt es jetzt hier? Aha. Okay. Jetzt habe ich den Vogel abgegradet. Wenn wir uns jetzt hier wahrscheinlich irgendwie so Gems kaufen, ne? Aha. Hier. 0 bis 2 Euro. Komm. 80 Gems. Die Gems sind jetzt am Start. Sehr schön. Jetzt würde ich mal schauen. Also, ich mache jetzt hier auf jeden Fall mal so eine Truhe. Digga. So eine legendäre Kiste kostet 900 Gems. Warte mal. Wie viel ist das? 900 Gems. Das sind einfach mal fast 10 Euro. Ach, du Kacke. Machen wir so eine seltene Kiste einfach mal auf. Und. Aha. Okay. Schwarze Perlen. Keine Ahnung, ob mir das jetzt was gebracht hat. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele verschiedene Spiele wir schon hatten. Headball 2. Aber es müsste jetzt Spiel 3 oder 4 sein. Jetzt ist aber noch die Frage, wie viel Geld wir in Headball 2 ausgeben müssen. 14 bis 16 Euro. Oh. Okay. Das ist, glaube ich, bisher der Highscore. So. Headball 2. 14 bis 16 Euro. Gehen wir mal in den Shop rein, was wir hier haben. Okay. Das ist für Werbung. Das ist hier. Ach so, Posteingang. Müssen wir wahrscheinlich hier hin. In den Shop. Juwelen. So. Ich mag ja ganz gerne mal so Angebote. Aber so Special-Sonderangebote scheint es hier gerade gar nicht zu geben. Das heißt, 14 bis 16 Euro. Boah. Wie machen wir das denn jetzt am schlauesten? Also gerade eben in Clash Royale haben wir ein bisschen zu viel ausgegeben. Das heißt, wir holen uns hier auch nochmal 12 Euro. 12 Euro werden gut geschrieben. Let's go. Okay. Und was können wir uns jetzt hier mit holen? Wir können uns jetzt hier so Special-Sachen holen. Wir können uns hier so einzelne Karten holen. Oder wir holen uns natürlich hier so ein krasses Paket. Boah. Ich will dieses Mega-Päckchen haben. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich doch nochmal für 2,49 Euro die Gems aufgeladen. Damit wir hier auch wirklich auf 14 bis 16 Euro kommen. Dann sind wir fast jetzt bei 14 Euro. Okay. Das heißt, jetzt können wir uns das Mega-Päckchen für 800 Euro kaufen. Okay. Let's go. Komm schon. Und? Was kommt jetzt? Dynamo-Lad. Okay. Wir skippen mal einmal alles durch. Digga. Wie viele Sachen sind das? Hä? Im Besitz. Im Besitz. Was ist das? King Striker. Space Soldier. Skeleton Man. Ah. Und jetzt kriegen wir die neuen Sachen. Robot Nick. LOL. Okay. Das sind jetzt, glaube ich, neue Skins. Kann das sein? LOL. Toys. Und Aviator. Uh. Okay. Krass. Ich glaube, das müssten jetzt so neue Skins sein, ne? Charaktere. So. In hier. Die beiden haben wir neu. Ähm. Warte mal. Verbessern. Hier. Zack. Verbessert den Aal. Oh. Der ist schon Stufe 2 jetzt. Hier verändert sich auch optisch. Nee, ne? Wir können ja auch noch so eine... LOL. Jetzt habe ich, weil ich das Upgrade gemacht habe, noch ein Pack bekommen. Krass. Okay. Einfach mal so random noch so ein Pack zwischendurch geschenkt bekommen. Und jetzt kann ich erst einen Spielernamen eingeben. So. Ich heiße jetzt iKevinSpielt. Ja. Okay. Geld haben wir ausgegeben. Wir drehen das letzte Mal. Welches Spiel kommt jetzt? Es kommt StumbleGuys. LOL. Jetzt noch mal die Frage, wie viel Geld müssen wir in StumbleGuys ausgeben? Gönnen. Oh. Was? Digga, das ist bisher das höchste. 30 bis 35 Euro. So. Was machen wir denn jetzt? 30 bis 35 Euro. Was? Digga, das ist so viel. Ah. Ich weiß. Wir machen dieses Angebot. So. Das heißt, 23 beziehungsweise 24 Euro haben wir. Und wir machen das für 7 Euro. Dann sind wir damit bei 31 Euro. Digga, ich habe so viele Sachen jetzt hier in StumbleGuys. Holy Shit, Mann. Ich würde sagen, als allererstes muss ich jetzt mal ganz kurz den StumblePass durchjamben. Weil ich habe immer noch nicht das Kick Emote. Digga, es ist so lost. Alle haben gefühlt dieses Kick Emote. Und ich brauche das dringend. Die haben alle irgendwie so einen krassen Vorteil inzwischen gegenüber mir. So. Und was können wir jetzt hier noch einsammeln? Wir können den Geist einsammeln. LOL. Wie das aussieht. Was? Dead Fred. LOL. Wie cool. Und ich glaube, wir haben hier vorne ja auch noch diesen Kürbiskopf, ne? So. Den sammeln wir auch nochmal einmal ein. Oh. Und da haben wir den Kürbiskopf. Sehr geil. So. Ich würde sagen, dann sammeln wir nochmal ganz kurz hier die ganzen Sachen ein. Außer die Spins. Boah, ist echt viel. Wir haben auch so ein neues Emote. Auch so Fußabdrücke. Ich glaube, die Spins hebe ich mir nochmal auf. Hier erstmal nochmal ganz kurz hier diese ganzen Free-Sachen in Anführungszeichen einsammeln. Also an sich lohnt es sich sogar gefühlt fast diesen DumblePass durchzujamben. Weil man ja sau viele Gems auch hier wieder bekommt. Das ist schon krass. So. Hier haben wir noch zwei Animationen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz hier auswählen. Also. Ich möchte hier natürlich das Gespenst haben. Und dann eine witzige Animation. Die passt doch am besten. Ne. Ne. Okay. Und die Fußabdrücke. Boah, da finde ich diese Rainbow-Sache immer noch am besten. Okay. Komm. Dann gehen wir mal in eine Runde rein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Pay2Win hat sich jetzt hier gelohnt. Oh. Komm. Kiki-Mode. Ja. Okay. Bin ehrlich. Es ist schon krass. Man kommt schon. Man kommt schon sehr schnell nach vorne. Also es ist auch besser, würde ich sogar sagen, als das Box-Emote. Also man ist ja schon auch nochmal deutlich schneller. So. Und ich habe mich qualifiziert. Nice. Okay. Pay2Win ist schon. Und er fühlt sich cool an. Bin ich ehrlich. So. Da ist mein Gespenst. Jetzt will ich den Tanz sehen. Läuft. Ja. Einfach so läuft. Wie cool. Nein. Rocket Rumble. Okay. Das tue ich euch nicht an. Da lassen wir nur ganz kurz ein bisschen die Runden drin. Digga. Wenn wir... Oh nein. Jetzt habe ich meine Mates abgeschossen. Wenn ich das verliere. Ich bin ja allein. Und die sind zu dritt. Was für Hohlköpfe. Mann, Digga. Diese Lost Mates, Digga. Die schießen nicht alle gegenseitig ab, Mann. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich. Wenn ich das verliere, Junge. Ich werde dir alle so totflamen. Oh mein Gott. Ja. Wir haben gewonnen. Ich fasse es nicht. Ich bin jetzt sogar im Finale, Freunde. Mit noch einem anderen Gespenst. Oh Mann. So. Lava Rush. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob uns hier das Kick-Emote einen Vorteil bringt. Bin sehr gespannt. Oh. Bisher sieht es nicht so gut aus. Loy. Wie schnell ist er denn? Nein. Ich habe verkackt. Oh. Na. Nein. Ja. Kann es jetzt schon vergessen. Lächerlich. Mann. Also wenn ich das... Loy. Ich habe mich in den Boden geglischt. Also falls ich das noch gewinnen sollte, dann weiß ich auch nicht weiter. Steht doch der... Steht doch safe vorm Ziel, oder nicht? Oh mein Gott. Der hat so Karma kassiert. Er hat so Karma kassiert. Habt ihr es gesehen? Ich fasse es nicht. Er hat Karma des Hodes kassiert. Er wird so Stumblegeist jetzt löschen. Freunde. Dafür lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ciao. Ciao. Ciao.